Schönen guten Abend, liebe Handballfreunde, wir haben heute Besuch in der Halle. Die Wildcats aus Bielefeld werden gleich zusammen mit den Pretty Angels von uns auftreten. Sie haben sich zusammen Pretty Cats genannt. Sie waren auch zusammen aktiv bei der Spirit Trophy, in der NRW-Auswahl einige Mädels dabei und haben den Ländervergleich auch für NRW gewonnen. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Die Wildcats kommen heute, ich glaube, das erste Mal in Glückwunsch mit dem Handball. Die sind sonst immer bei den Bielefeldern Bulldogs bei American Football. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei dieser Darbietung. Viel Erfolg! Die Wildcats Die Wildcats Die Wildcats Die Wildcats Vielen Dank. Vielen Dank für diese Darbietung. Ich habe auch schon gehört, dass wir einen Gegenbesuch geben, mal beim Football, wenn wir immer zum Mädels vorbeischauen. Also, vielen Dank und viel Spaß beim Spielhäuch. Vielen Dank.